Wir sind heute im Zuge der europäischen Gesundheitsinitiative von BEMA mit unseren Kooperationspartnern in Wien. Wir veranstalten heute den BEMA Sportkongress. Aus diesem Grund haben wir uns heute am Sonntag zusammengefunden, am ersten Advent, um auch hier sportlich zu sein. Das Besondere ist, dass wir fünf aktive und auch bereits quasi pensionierte Sportler hier heute zusammenfinden werden. Wir haben unseren Schirmherrn im Sport, den Axel Schulz, extra aus Berlin angereist. Wir haben Ivi Savastic bereits auch schon in der Fußballpension nach wie vor äußerst aktiv. Wir haben einen immer noch aktiven Kadel Kordin, der die Silbermedaille bei der WM in Gröbmink 1970 nach Österreich geholt hat oder für Österreich geholt hat. Also ich habe das große, große Glück, dass ich jetzt seit gut anderthalb Jahren den BEMA habe und er hilft mir natürlich über meine Schmerzen hinwegzukommen. Ich habe durch den Leistungssport natürlich sehr viele Knochenbrüche gehabt, sehr, sag ich mal, schwere Verletzungen mit der Bandscheibe, mit den Knien. Und ich muss sagen, seitdem ich jetzt BEMA bin, ist das einfach der Knaller. Man fühlt sich wohler, man ist wirklich schmerzfreier und das Leben macht viel mehr Spaß wie das. Meine besten Zeiten waren natürlich die Zeit bei Sturm Graz. Das war wirklich einmalig die acht Jahre, die ich dort verbracht habe und natürlich auch das erfolgreichste in meiner Karriere. Die Regeneration im Sport ist sehr wichtig und das ist natürlich ein großer Bestandteil von einer erfolgreichen Karriere bei einem Sportler. Das Besondere dieser europäischen Gesundheitsinitiative ist, dass es nicht nur in Österreich stattfindet, sondern in 17 Ländern Europas. Und es freut mich wirklich, dass wir innerhalb dieser sechs Monate 2000 Veranstaltungen auf die Beine gestellt haben, wo wir in dem Fall die Menschen aufklären und informieren über das Thema der Blutkreislauf. Die Initiative wird noch gehen bis April 2018 und wie gesagt, das wird nachher mit einem großen Weltgesundheitstag in dem Fall auch in Österreich wieder nachher enden. Die Entstehungsgeschichte von BEMA ist jetzt fast 20 Jahre her. Wir haben nächstes Jahr ein 20-jähriges Jubiläum. Und wie es begonnen hat? Ja, ich erzähle es immer noch auf meinen Seminaren. Wenn mir einer erzählt hätte, dass wir den Stand, den wir heute erreicht haben, vor zehn Jahren dargestellt hätten, hätte ich gesagt, du spinnst. Das ist wie in vielen anderen Unternehmen. Wir haben oftmals zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung getroffen. Und deswegen sind wir jetzt da, wo wir sind. Wir haben ein Gerät geschaffen, was eine brutale therapeutische Relevanz hat. Da dürfen wir alle stolz drauf sein. Wir haben fast wöchentlich neue Erkenntnisse durch den Einsatz der BEMA-Therapie. Da werden noch viele neue Dinge auf uns zukommen, sehr revolutionäre Dinge. Und das ist der technische Part. Also wir haben Möglichkeiten, das auszubauen. Das ist das Ultimo. Wir haben definitiv eine neue Therapieform geschaffen. Ich denke nicht mehr für Österreich, also für ganz Europa, eigentlich für die ganze Welt. Wir müssen ja global denken, ist es wichtig, unsere Netzwerke auszubauen. Und da wir so viele verschiedene Sparten haben und speziell der Medizinbereich bei uns natürlich ein ganz bedeutender ist, ist auch hier in Österreich wichtig, viele Therapeuten und Ärzte in unsere Kreise einzuschließen, weil das sind nun mal unsere Aushängeschilder. Wir sind ein Medizinprodukt, wir machen hochwissenschaftliche Arbeiten und dazu brauchen wir die Ärzte an unseren Seiten und die Therapeuten.